Arbeit und Arbeitsrecht Mein Name ist Stefanie Kirschner. Ich bin Redakteurin bei Arbeit und Arbeitsrecht. Die Zeitschrift richtet sich an Arbeitgeber, Personalleiter und alle, die im täglichen Leben mit Personalmanagement zu tun haben. Unser Schwerpunkt ist die Personalpraxis, aber natürlich auch, wie der Name schon sagt, das Arbeitsrecht. Wir sind eine absolute Praktikerzeitschrift. Unser Ziel ist es, Ihnen das Durchwühlen durch das juristische Kauderwelsch der Gerichte und der Wissenschaft abzunehmen. Sortieren, das tun wir für Sie. Und zwar den wissenschaftlichen Diskurs von dem, was der Personaler im täglichen Leben wirklich braucht. Wir wollen, dass Sie einen Beitrag lesen, die Ärmel hochkrempeln und sofort loslegen können. Darum lautet unser oberstes Gebot, hochkomplexe Sachverhalte auf das Wesentliche zu reduzieren und leicht und gut verständlich darzustellen. Natürlich ohne an inhaltlichem Tiefgang zu verlieren. Denn Zeit ist Geld, oder? Doch damit hört es nicht auf. Neue Entwicklung in der Personalpraxis, neue Gesetze, neue Rechtsprechung, das bewegt. Da kann man mit seiner Meinung nicht im stillen Kämmerlein bleiben. Die will raus. Deswegen lassen Sie uns diskutieren. Hier die Podiumsdiskussion auf der Messe ist nur ein Medium. Aber auf Facebook, da sind wir den ganzen Tag da. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Lassen Sie uns von allen Seiten beleuchten, was die Personalerwelt derzeit bewegt. Loben, kritisieren, was auch immer. Doch manchmal hat man ja auch ein ganz konkretes Problem. Und wir? Wir haben vielleicht das passende Webinar dafür. Da können Sie dann weiter diskutieren. Und zwar mit unseren beiden Experten, namhaften Fachanwälten für Arbeitsrecht. Einfach mal ausprobieren. Und ich würde sagen, weil wir heute in so guter Messelaune sind, jeder, der dieses Video sieht und sich auf unserer Website für ein Webinar anmeldet und dabei das Stichwort Messelaune angibt, kann einmal kostenlos teilnehmen. Denn hey, schließlich wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.